Fiona Erdmann lässt ihre Fans ganz schön zapeln, auf die versprochene Auflösung zur Gender-Reveal-Party müssen sie weiterhin warten. Ungeduldig machen viele von ihnen nun ihrem Ärger Luft. Fiona Erdmann, 33, hat am 24. Januar 2022 ihre Gender-Reveal-Party veranstaltet. Sie und ihr Partner Mö erwarten in diesem Jahr ihr zweites Kind. Auf Instagram war an diesem Tag gut zu sehen, wie aufwendig alles für das Event dekoriert wurde, und auch Fionas Reaktion auf das Geschlecht ihres Kindes wurde schon gezeigt, doch den versprochenen Einblick in diesem emotionalen Tag, geschweige denn die Auflösung, welches Geschlecht ihr Baby denn nun haben wird, gab das Model bisher nicht. Fiona Erdmann, unter ihrem neuen Foto hagelt es Kritik. Fiona Erdmann teilt nun ein Bild auf Instagram, dass die Schwangere mit ihrer Babykugel zeigt, sie schwärmt davon, dass ihr Bauch so rasend schnell wächst, das aber bei ihren Fans nicht unbedingt für Likes und Herzchen sorgt, sie wollen endlich das versprochene Video sehen, in dem Fiona das Geschlecht ihres Kindes verrät. Wie genau die Fans ihrem Ärger Luft machen, sehen sie im Video.